So, zurück im Ultra-Sexy-Lade mit dem Schirm. Naja, ach, was ist denn jetzt hier mit dem Bratwurst-Mann? Ja. Was ist das jetzt? Wasserwerfer? Ey, warte. Verbraucht man den ganzen Schrott, ey. So, alles ist immer. Einfach rein, auf und ballern. Und zwar, ich habe immer noch eine Gute, ich glaube, hier. Ey, ich habe immer diese Co-Cooldowns hier. Ne, das ist unglaublich. Ich weiß, wann GTA 6 kommt. Boah, Alter, in meinem Weisheitszahlen gehen mir voll auf die Nerven, ey. Oh, boxt mir den gleich selber raus. Mirror Park Taverne. Oh, bin mal gespannt, was der überhaupt am Ende wieder gibt hier. Vielleicht wieder, ups, absolute Pustkuchen. So, ich habe einen Feuerwerfer gehört. So, ich habe einen Feuerwerfer gehört. Oh, ich habe alle noch, ey. Die kommen bei mir so langsam. Jetzt unten links macht er aber gerade Faxen. Dass wir die, wenn dann alle auf einmal in Narkose rausnehmen, ich kriege das, ich hasse das so, ey. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Zähne ziehen oder bearbeiten lassen, ey. Ich habe zwar keine Angst davor, ich halte das immer so aus, aber ich kann das absolut nicht leiden, wenn die dann da einen Zehahn rausbuddeln müssten, aber der noch nicht ganz durchgebrochen ist, ey. Ne, würde ich nicht überleben, ey. Nicht rumballen. Oh, warum nicht? Weil der steht, ich habe die Gugeln, wie kann sie erschießen? Okay. Das Klatschseil wird der Ohrzeige weg. Zu viel Inzest letzte Nacht, ja. Ja, ich werde hier von dem Schwackhofer geblieben. Alter, ist das, ey, ey. Gehen, blauen und mitnehmen. Jawoll. Zieh mich hier raus, so hier ein abgottierter und du fahr'n da rüber, ja. Der ist der Typ, ey. Alter, oh nicht wahr, ich kaufe, ich kaufe mir diese Sephora da, ey. Das ist immer so mega geil. Das ist halt nicht ab hier. Ach, leck mich doch am Arsch, ey, ihr behinderten Bullen. Geht doch verrecken, ihr Inzest, gestörten, Missgeburten. Ich habe immer noch... Ey, das ist für mich verarscht. Verpisst euch. Verpisst euch, Alter. Fickt euch doch ins Knie, ey. Das kann nicht wahr sein. Geht verrecken, Mann. Wie viel kommt denn noch da, steil, ey? Ach, geh kacken, ey. Ich raste jetzt erst mal aus hier. Krieg gleich wieder einen Krampf. Ich bin ja voll genug schraubend, fähig. Ich fliege jetzt am auf hier. Hör ab. Alles klar. Nein, die fährt. Hä? Du bist sogar gefahren. Ja, ich bin nur kurz ausgestiegen. Hab die Cups abgezogen. Daaaam! Rage on Köln. Rage on Köln. Warum Rage? Die Cups sind ja. Beziehungsweise sind's alle. Wow. Mich nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin schon wieder los. Geht kacken! So wirst du das hier. Für euch habe ich auch noch eine über. Nichts als Ausmaßung von der Kerl. Das ist der Onkel eigentlich. Er kann es. Dafür leben wir. So ein vernünftiges Spiel. Nicht mit so einer 0815-Inzest-KI. Das Spiel ist von EA. Na und? EA hat damals gute Spiele gemacht. Jetzt ist es ja auch nur noch Mühe. So, Exo für dich entklärt. In der Anaron 2 habe ich letztes Jahr angefangen. Das ist unglaublich da zu spielen. Die ganzen Features und so. Das kennt ihr gar nicht mehr aus den neuen Spielen. Und das ist schon traurig. War aber nicht noch in Ordnung. Ja. Da war es keine hohe Scheiße. Wo die Bullen dir so ein brach herlaufen. Sagt gehen, dass du gar nichts mehr hinkriegst. Da war die KI besser als heute. Loll. Geht direkt auf zwei Sterne runter mit den Tarn. Wo das geht. Alter ohne Spaß. Ich liebe dieses Motorrad. Alter. Alter. Wenn ich meine Akula habe, guckt die oben das soll ey. Babacus-Schmuckorrad hier. Und dann stürzt auch gleich ab hier ey. Wieso hast du es kaputt gemacht. Die Bullen haben ein bisschen drauf rum geschossen mit ihrer Panzer brechenden Hardcore Munition. Und Spaß. Du machst immer alle so schnell kaputt. Ey. Oh. Jetzt ist kaputt. Ich glaube nicht. 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 Nein. Ach ne. Da ist es. Fick dich. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich komme nicht mehr hoch ey. Alles am brennen hier Oh oh Oh, wieso brennt es denn hier? Ja ich weiss, hässlich das knackt deswegen, die können wir ruhig So, wo ist mein Motorrad? Die Narkose geben Hab ich schon genug gehört davon Will ich gar nicht mitkriegen die Scheiße Und dann direkt 1200er Schmerzmittel rein Jawoll Oh Mann Was haben wir einfach abgerufen Was haben wir einfach abgerufen Oh Oh So, jetzt gehen wir in das Schlafgemachte Let's play Onkel Ungeschminkt Auf meinen neuen Badeschaum Den Onkelschaum Den Onkelschaum Wolltet es schon immer aussehen wie Onkelschaum Schmeckt nach Hass Mit jedem Fraschgang werdet ihr ein klein bisschen mehr zu Rage Onkel Es gibt es in den Duftrichtungen Scheiße Hass Anwiderung Und Klobürste Und bald auch in Rolps Och Und entfurt Mann, ich will wie der Uppressor fahren so ist nur noch hier die strombergs holen dann haben wir die vorbereitung mit zwei stromberg-missionen der letzte jetzt beziehungsweise eher die beschaffung er gesagt weil die unten beim stromberg da sind zwei gebrennte missionen das ist nicht eine zusammen alles klar die lkw den immer noch mehr pflegen wieso kann ich dir nichts bestellen soll ich dir mal einen trick zeigen und jetzt jetzt normal bist du mal ja getrennt das ist doch bekloppt du musst wieder eins nach dem anderen abfahren oder abfliegen oder einer springt oder einer springt dann eine autobahn ab oder das sind doch fünf warum sind das fünf eins und und der stadt okay er fliegt ein wir schauen nach dem anderen weil so schnell ist er in der autobahne vorne ist ja auch irgendwo einer lass mich mal hier unten am flugplatz raus das hört grad für eine bunte aufplatte ja neue duft richtung rage ja gut wenn ax schon eine cookie und leder raushauen kann kannst du auch geruch rage rausbringen oder sack oder sack schweiß das kleine schweiß frage ob der freundlich anhält fliegt hält gar nicht an fliegt mal ein stück weiter vor kann ich den hier raus scheiße weiter vor fliegen habe ich zeit habe dann kann ich aussteigen und den weg hast du irgendwo was ist eh im arsch was machst du denn da ist es weit genug wenn ich gleich ist er wieder da so eine habe ich hö 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 schweiß und den schon mal weg ach verpisst euch so guck ich mal wo die nächsten sind ach der ist nicht weit nicht 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 sondern nicht dass nicht die ja ja und schwarzes stück scheiße für die aus dem auto ausbauen mein gott leute kommt mir entgegen da muss das auto auf der anderen seite vor muss der dreißel ist wenn er so schnell sein ach alles ist irgendwas nachher gefunden hier in dem spiel geht ja findet nix eigene die nehmen immer aus filmen und anderen spielen genau wie die verwandlungsrennen also von so kuh geklaut na 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 Du Homo-Schwanz-Mutra. Hä, wieso bin ich jetzt explodiert? Ich wollte in Wastelander einsteigen und explodier, ey. Das ist ein arschiges Scheiße hier. Kackfotz und Stromberg, ey. Der Beifahrer war nicht mehr so gesprächig. Hast du jetzt einen echt zerstört? Nein! Ach so, weil ich den abgeliefert hab. Keiner ahn, was da abgeht. Karma. Total mysteriös und dumm. Ich will in den Wastelander einsteigen, das war komisch, explodieren, bin tot. Das war bestimmt ein Fall von spontaner Selbstentzündung. Nö. Ich hab schon wieder gefurzt und hab grad ne Kugel an dir vorbeigeflogen. Nö. 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 Alles klar. Nö. Wir fahren kurz hin und ballern ihn ab weiter. Geben so lang auf dem Deck, bis er aus dem Spiel rausgeht. Mwoha. Na. Nö. 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 Ich bin ganz unten am Flughafen irgendwo. Attacke Scheiß hat man denn den Dings, der die Hydra nicht einfach so bestellen kann ey Kein bock den mal extra abzuholen Ja, so wie sie es mit der Obressor machen, Motorradkloppen die ganze Zeit Obressor anfordern Diese arschficken Mongoloidenkinne Mein Gott ey Moin Onkel, äh moin Onkel, moin Freestyler Moin Onkel bestimmt auch seine Karte, die so hochgedrückt Den ganzen Tag mit der Obressor rumgeiern Äh, ja, ich denk mal, dass wir nächstes Mal wieder ein bisschen Horizon zocken Oh die, die sehen schon, oh, das ist jetzt Playland Cobra Viel Spaß, Dankeschön, machs gut, gute Nacht Das ist halt für Experten, ne? Das ist nicht für Experten, das ist für Leute, die kein Geld haben Das Ding ist aber ganz schön schnell Ja, ich bin da jetzt übel schnell Ja, ich bin da jetzt übel schnell Strike, kein Kindergarten, lol Okay Alles klar Schön Und abgeliefert Da ist noch einer, wir müssen ihn rausschmeißen Hallo Ah, ja, hör auf der Scheiße da, du bist auch wieder komplexe, ne? Weißer Döpfel, bläh, rauswerfen Geh doch mal aus dem Scheiß Alter, wie der mit B einfach nicht zurückgeht, ey, lol Wir müssen noch zwei den anderen rauskicken, da den anderen Ich hab schon abgestanden Ja, ich auch Ich auch Wobei, das ist eh die letzte Vorbereitung, danach ist ja egal Nein Nein, das ist noch eine Da war keine mehr Das ist die letzte Vorwärtsbeschaffung, alter Nein, da ist neben der von Ja, das ist aber was anderes Das ist, dafür brauchst du keine öffentliche Lobby Natürlich Alter, ich glaub, ich hab den halt schon ein bisschen öfters gemacht, als du Ja, 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 ja Das, die, die öffentliche Lobby Jo, Freestyle, alles klar Alles gut Bla, bla, bla War doch in der anderen Heist auch nicht Dass dann die anderen Spieler da rumficken konnten Ja, wenn wir nicht so Der wird ja noch nicht mal verfolgt hier Bei mir kamen vorhin die ganze Zeit diese blinderten Benjis und so Schau, hier ist keine so Oh Fährt da noch so ein Ding? Nein da, direkt über meinen Schädel, da ist noch ein Ding drin. Alles klar, da ist noch einer. Hab ich doch gesagt. Das ist der selbe Thunder Green. Egal, krieg da wieder einen. Die sind ja böse Menschen. Kannst du mal einmal alle fahren? Alter, was ist los? Jetzt hat das Spiel, weil er zu behindert ist, dem ne Creweinladung geschickt. Ist auch nicht schlecht. Rauswerfen deaktiviert. Ja, du musst jetzt wieder 6-7 Minuten warten, bis du den nächsten Mal rausballern kannst. Schleuft. Wer hat ne Anfrage gestellt? Mongo Olle. Einen Anzug an, aber kann ich keine Schuhe leisten. So, dann sind das die Vorbereitungen gewesen. Da müssen wir jetzt, äh, beziehungsweise die Beschaffungen. Und jetzt kommen die Vorbereitungen. Blah, 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 blah.